Die erste Oderspraybau im Februar 2011 war ein voller Erfolg. 70 Aussteller und 3.500 Bauinteressierte, Immobilien- und Eigenheimbesitzer sowie Bauhandwerker der Region waren begeistert. Nun gibt es die Fortsetzung. Regional orientiert, auf eine Branche konzentriert und nah am Kunden. Kommen Sie zu Oderspraybau 2012, der Messe für Haus, Energie und Umwelt. Am 4. und 5. Februar in der Stadthalle Erkner.